herzlich willkommen zu unserem neuen podcast woche ja heute sind wir wieder alle vollzählig was sehr schön ist wir fangen an wie jede woche mit rohr da gab es jetzt am anfang landsegment was ja schon die woche davor glaube angekündigt wurde und zwar dass roman reigns endlich wieder da ist hat uns ja alle gefreut er hat den krebs doch fürs erste besiegt für das erste zumindest glaube ich und angekündigt ist auch dass er demnächst wieder matches macht ja würde sagen wir reden ja nicht weiter darauf ein ist wurde schon angekündigt sollte sich da mehr tun dass er mehr matches macht werden wir näher darauf eingehen wir starten deshalb mit dem ersten match vor der abend es war ein non-title tag team match zwischen alistair black und ricochet gegen die weise also scott dawson und der schweiler die afl-champions sind in sieben minuten und alistair black gewann dieses match nach pin von alistair black and dawson nach der black mess ja wie ich fand ein sehr schönes match ricochet ist ein klasse kämpfer genau wie alistair black ja leute was habt ihr dazu wie fandet ihr dieses match ja alistair black und ricochet als tag-team gefällt mir auch ziemlich gut auch wenn ich beide aus der singles wester feier weil sie super gut im ring sind alle beide ist irgendwie nicht so mainstream was sie machen sondern sehr außergewöhnlich ricochet mit seiner außergewöhnlichen beweglichkeit und alistair black mit diesen totalen kicks ja und war ein doch ziemlich schönes match im endeffekt gewinnen die beiden kann ich gut mit leben ja es war zwar ein schönes match und ich war auch echt begeistert dass die jetzt wirklich so oft eingesetzt werden allerdings finde ich dass ricochet so ein bisschen untergegangen ist bei alistair black gibt mit alistair black zusammen weil klar er hat zwar seine muss gezeigt aber er hat glaube ich schon zum dritten mal das ist ein finisher nicht gezeigt bei raw das mc down also irgendwie geht da so ein bisschen unter was ich dann auch noch ein schade finde ist dass man hier will weil wir sozusagen so schnell besiegen lässt aber an sich war es ein schönes match und ja ich fand es auch ein gutes match wie gesagt es hätte länger gehen können finde es auch schade dass ricochet nicht so viel zeigen durfte aber dieser black mess am ende der war mir wieder vom feinsten dieses selling hinterher ja ohne worte aber der hat richtig gesessen ja gut ist glaube ich alles gesagt das match war richtig gut und was mir noch aufgefallen ist im vergleich zu der woche davor ich kann mich erinnern dass malo kritisiert hat dass gerade alistair sehr langsam war fand ich tatsächlich diese woche gar nicht also hat schon auch an geschwindigkeit zugelegt natürlich ist es immer noch nicht nxt niveau gottes willen das wissen wir auch aber es hat trotzdem echt spaß gemacht zuzugucken ergebnis spricht für sich können wir gerne weitermachen michi was ist eigentlich mit deinem laptop los dass du die nicht benutzt das war so nebenbei warum was mir nur so aufgefallen schon gut ja stimmt das hatte ich ja letzte woche kritisiert dass er war und smackdown irgendwie relativ langsam war diese woche hat mir elizabeth sehr gut gefallen da hat auf jeden fall gezeigt wie schnell er sein kann ja und danach kamen dann vor dem match stand paar sie fensten da ja am montag der gewurte von rick flair im nature boy gefeiert wurde kann wäre es video sequenzen wo mehr wrestler ihre glückwünsche ausgesprochen haben aber wir gehen zum nächsten match wir bleiben bei den tagteams gehen allerdings immer zu den frauen ronda rousey und natalia haben ein match gehabt gegen die riot squad gegen ruby rye und sarah logan sie gewann allerdings nicht aus eigener kraft sondern durch eine sache die mir mittlerweile echt auf die nerven geht und zwar durch disqualifikation weil becky nicht mal wieder angegriffen hat match seit 935 sich haben wir wieder mit ihren drücken raus und meinte wieder auf alles und jeden einprügeln zu müssen ja ich finde am anfang war die sicherenz echt gut wo sie vor ein paar wochen damit angefangen hatten ihre suspendierung dass ich sauer war aber ich finde es mittlerweile einfach nur noch lächerlich und richtig dass sie dann von den polizisten mit handschellen abgeführt wurde weil so langsam nervt ist ohne was sagt ihr dazu ja du hast schon recht aber ich muss dich auf etwas aufmerksam machen eigentlich nehmen wir ja so ein bisschen die segmente die zu einem aufbau eines matches hinführen immer gerne mit und da hast du jetzt eins übersprungen nämlich das von elias mit du mcintyre und auch den emberst du hast du recht habe ich kann immer daran gedacht gehabt ja dann gehen wir uns schon zurück und nehmen das segment gerade rein ja elias was macht er wie immer ist im regen spiel gitarre bzw will anfangen ja dann kam den empros raus und fragte ihn ob diese ihm mit seiner musik von der rampe verjagen wollte wo elias ja eine provokation fand ja das übliche geplänkel auf jeden fall ende die ganze situation damit dass den empros sich an den dort die die deets wünscht elias realisieren sofort was sache ist und wieder empros natürlich an die schlammige klare verpassen ambrose kann ausweichen und verpasst elias den dirty deets ja was haltet ihr von dieser stipulation von dieser klaren situation sagen wir so dieses segment war wie immer sehr unterhaltsam wenn elias in einem segment ist und auch den emberst ist ja wirklich guter mike ja und ich hatte mich dann schon auf den weiteren abend gefreut weil die nemo gegen du mcintyre in einem no the q match immer gerne was man dazu jetzt sagen muss wo er raus kam den empros wurde seine face musik eingespielt nach dem dirty deets seine heal musik also man weiß noch nicht so sicher was er jetzt so wirklich ist aber man hat ja schon gehört dass er wieder zum face geworden ist wegen der sache vom schild wo wir am ende noch drauf zu sprechen kommen um da jetzt aber einen kleinen übergang noch zu haben zum ron rossi segment das ist auch immer das gleiche elias kommt raus spielt seine musik wird dauerhaft unterbrochen und am ende endet zu einem fight und finde ich irgendwie auf dauer auch nervig deswegen fand ich ihn als face zum beispiel besser wird da war das dann nicht mehr so ja da bin ich tatsächlich bei dir luki weil dieses ständige wiederholen von segmenten wenn es zu nichts führt geht mir tierisch auf den keks klar man hatte dann später folgendes gutes match alles prima aber wie du schon sagst er sitzt da er spielt irgendwer funkt ihm dazwischen es rappelt fertig ist die geschichte langsam wird es mal zeit für was neues entweder vielleicht stellt er seine musik selber irgendwann mal in frage und fängt dann mal wieder an ernsthaft zu resten ich will nicht seine fähigkeiten infrage stellen aber das was sie mit ihm machen ist echt wirklich schon wieder ja kommen wir zu dem segment weil der wo becky lynch angegriffen hat nachdem sie abgeführt wurde kam es ja noch ein bisschen ging es noch ein bisschen weiter und zwar hat dann ronda rousey natalia hochgehoben hochgeholfen auf der rampe und beraubt sich dann in den ring und rief vince McMahon raus ja nur vince kam aus das weiß man nicht das kam stephanie was ronda aber auch ganz gut gefallen hat sie bat halt darum oder sie forderte von stephanie die suspendierung von becky lynch bitte wieder aufzuheben wo stephanie meinte ja ist gerade schlecht sie wurde gerade erst vom polizeiwagen abtransportiert ja und stellte dann klar dass es sowieso überhaupt nicht geben würde weil die rechnen von ronda rousey war bei vessel man ja weiterhin charlotte flair hieß heißt ja ronda rousey hat das kann nicht gepasst im endefeld war es dann so dass sie ihren titel niederlegte und damit forderte dass sie becky lynch als gegnerin behaben ja leute was sagt ihr zu diesem segment match wie man es denn kann man ja sich match und segment ja das match am anfang ging ja fast zehn minuten war gar nicht mal schlecht paar schöne moves drin dann hat becky lynch eingegriffen schon wieder ich muss sagen ich mag becky lynch ich finde den charakter von hier echt super aber wie das mittlerweile gebucht wird finde ich auch nicht mehr ganz so gut weil da immer das gleiche kommt ansonsten war es gut und dann ja die kleine promo von wander rousey und stephanie mcmahon fand ich ziemlich gut war war was neues womit ich gerade nicht gerechnet hätte und dann legt sie den titel davor stephanie mcmahon so gesagt ja dein vater macht immer hier alles und jetzt soll er sich endlich mal entscheiden entweder er macht das was er meint oder er macht endlich mal das richtige ja muss sagen fand ich ziemlich gut also ich muss zu dem segment sagen ich hatte eigentlich nicht wirklich was dagegen dass das jetzt immer die ganze zeit passiert man hat ich meine irgendwie musst du das triple threat aufbauen und anders geht es nicht wenn sie so wenn sie suspendiert ist kannst du sie nicht in das match einbauen deswegen anders geht es nicht und dass man jetzt das mit john rousey gemacht hat finde ich auch über so setzt sie auch mal ein zeichen anstatt einfach nur zu sagen ja nehme ich hin ist halt so keine ahnung was denn wenn wir mal ehrlich sind sie hat einen punkt da dass sich einfach hier schade dass hitler menschen verdient hat sondern becky lynch und wenn man so den titel sozusagen verunstalten will wie wie mcmahon das jetzt planen dann ist das denke ich mal eine richtige richtung wo sie dahin geht und da bin ich gespannt wie es da weitergeht geschichtlich finde ich das echt gut ich habe nur ein problem mit dieser promo die promo hat nämlich eine geschichte die wir letzte woche bei smackdown hatten wieder völlig kaputt gemacht weil wenn wir mal das segment von letzter woche nehmen the miss und shane wo miss sagt immer du bist ein mcmahon du wenn einer ein match ansetzen kann dann du da funktioniert das aber eine stephanie kann das nicht finde ich ein bisschen fragwürdig die ganze geschichte ja da musst du aber auch daran denken dass das mit shane mcmahon eine ganz andere geschichte war weil hier hat winstwick manners angeordnet und ich glaube nicht dass das stephanie über ihren vater stehen möchte nein aber wer außer seine eigene tochter könnte ihn vom gegenteil überzeugen niemand weil winstwick man seinen eigenen kopf hat ja aber genau das genau da habe ich das problem bei seinem sohn soll das gehen und bei seiner tochter nicht weiß man an sich weil winst das match weil winst ja nicht irgendwie was so denn hier tag team match dazu beigetragen hat der war da gar nicht involviert aber in dem moment der match ist er eben involviert und da hat er dann hier becky suspendiert ja weiß ich verstehe deinen punkt aber kann doch nicht ob in der einen geschichte sagen hier du bist ein mcmahon wenn das jemand kann dann du und in der anderen geschichte ist der name völlig egal obwohl es im prinzip das gleiche ist ja vor dem match nächsten mensch hatten wir auch noch mal ein kleines segment im regen und zwar befindet sich nun jinder mahal mit seinen den beiden seinen brüdern im ring und mundet sich darüber dass rick flair heute gefeiert wird er fragt sich was rick flair in seiner karriere überhaupt erreicht hat dann hat er sich aber scheinbar sehr schlecht informiert wie ich finde auf jeden fall zeigt er sich für erre darüber dass er zu feierlich eingeladen wurde weshalb er nun jede person die bei der feier eingeladen ist seine match herausfordert ja die erste person ist kurt angle der jinder mahal mal schnell in drei minuten durch seinen enkel lock zum aufgeben gebracht hat und ich würde sagen ja auch hat sich echt gelohnt für dich jinder dass du dich vielleicht geirrt hast und jemanden herausfordert hast sehr kurzes match was soll man dazu sagen kurt angle trotz des alter ist noch relativ gut oder wie seht ihr das ja ich brauche kurt angle jetzt nicht wirklich immer noch im ring hey er hat die letzten male gezeigt dass er noch ein paar aktionen drauf hat ist gar nicht mal so schlecht und ich habe auch wirklich nichts dagegen wenn ein jinder mahal weggeschwischt wird also deswegen fand ich diesmal ziemlich gut und vielleicht führt das ja jetzt dazu dass kurt angle bei wesselmania dann seine karriere beendet verdient hätte er sich nach seiner langen und erfolgreichen karriere aber wir werden sehen aber bitte keine karriere match gegen jinder mahal das komisch das selber habe ich auch gerade gedacht ja karriere match ist ja sowieso angeplant wenn man den gerüchten glauben darf aber doch bitte nicht gegen jinder mahal oh man gibt es dann so baut man einen kurt engel auf ich denke mal das war nur ein aufbau gegner bitte 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 ja also ich finde auch ein karriere ende kann man echt so langsam wie machen aber es wäre kein würdiges karriere ende wenn er gegen jinder mahal antreten würde weil jinder mahal ihm einfach nicht das was erreichen kann und er definitiv einen besseren verdient hat also was ich machen würde wäre und jimackenthaler man hat mit jimackenthaler einen aufbau sage ich mal beziehungsweise einen hintergrund sozusagen hat kurt engel noch sich hat halt könnt engel noch eine rache vor sich weil ja er durch seinen eigenen move aufgeben musste also bitte jimackenthaler weil ich habe keine lust dass du mackenthaler irgendwie auf der wrestlemania gerade in der battle royal steht vielleicht darf ja auch kurt engel die battle royal gewinnen bei wrestlemania so als denkwürdigen abschied das wäre aber kein karriere match schwierig also das als karriere match zu betrachten denke ich auch ist eher dünn und ich finde auch dass die idee mit ru mackenthaler gar nicht so verkehrt ist weil man so ein bisschen das machen könnte was man vor zwei jahren war es glaube ich zwischen dem undertaker und roman reins gemacht hat so ein bisschen die staffelübergabe etc denn kurt und du haben ja nur sehr sehr intensive vergangenheit in den letzten monaten warum nicht habe ich nichts gegen ja gehen wir dann weiter zur nächsten vorbereitung für das nächste match genau das nächste mit stand und zwar sind wir angekommen bei moment of bliss ja alexa blitz verabschiedet und sie dann von der bühne und gibt ihr doch mit dass sie doch bitte auf dem roten teppich stehen die wwe ihr ausglied hat doch bitte auf dem weg nach außen stolpern soll was sie ziemlich ironisch meinte bevor sie dann ihren gast berühst und zwar finn baylor ja sie redet ihn zum sieg über lechley und leo rush hat aber nur ein problem damit dass er intercontinental champion ist und zwar meinte sie dass der titelgürtel seine bauchmuskel verdecken würde worauf baylor blitz fragte ob sie ihn in verlegenheit bringen worauf alexa antwortete wenn er den dürtel abnehmen würde würde sie also wenn er seine bauchmuskel ihr zeigen würde würde sie ihm etwas anderes zeigen an dieser stelle wurde aber durch leo wasch unterbrochen der meinte dass baylor es gar nicht verdient hätte champion zu sein und dadurch diese talkshow ein reiner schwindel sei worauf behinder meinte dass er kein problem damit hätte noch einmal gegen bobby lechley anzutreten worauf rush immer mehr eröffnete dass lechley sich gerade auf das match von strommeln vorbereitet aber er deshalb herausgekommen sei um bern den titel abzunehmen um zu beweisen dass er besser als bobby lechley wäre ja im endeffekt geht es dann soweit dass die beiden dann ein titelmatch bekommen um den titel von finn baylor 732 matchcard finn baylor gewann durch pinn versuch durch pinn nach dem cool k ja sehr enttäuschvolles match schön dass und baylor wieder waldemont hat sein titel verteidigt hat wäre auch etwas lächerlich gewesen wenn er gegen leo rush verloren hätte würde ich sagen aber ja was haltet ihr von dieser ganzen geschichte also das moment of bliss mit finn baylor und elixir bliss fand ich sehr unterhaltsam wo die wachler zukam war dann eine gute promo ein gutes segment auf jeden fall und dann das match fand ich ist ziemlich stark fand ich ziemlich stark okay es war mir klar dass finn baylor das gewinnt hat er dann auch getan aber warum nicht das war jetzt schon wieder ein match bei dieser ausgabe was ziemlich stark war also auch ich fand hier moment of bliss ziemlich stark vom segment her man hatte denke ich richtig guten unterhaltungswert und was ich aber geil fand an dem ganzen war am ende die reaktion von coral graves der reagiert ja immer ziemlich geil und das ist einfach immer wieder pures gold das muss man ihm schon lassen und zum match noch ja war ein starkes match man hat endlich mal leo rush auch zeigen können dass er wirklich was im ring kann und nicht nur irgendwie da war um ihn als schwachen gegner darzustellen und sonst was deswegen bin ich eigentlich zufrieden dass er ein bisschen was zeigen durfte finn baylor als richtigen sieger dann rausgegangen finde ich gut so und jetzt hoffe ich auch dass die ganze bobby leschler und die rasch gesicht langsamer aufhört denn für andere gegner sind ja also ich fand das segment auch richtig stark diese reaktion dann am ende wo dann finn baylor zum ring gelaufen ist und dann der kommentar kam alexa kommt zurück er legt den titel ab war schon hammer da hat daniel auch so ein bisschen gelacht bei und zu dem match ja nicht leo rush durfte ein bisschen mehr zeigen wie in der vergangen wie in den zwei matches zuvor fand ich gut den bälle als richtiger sieger würde man sagen jetzt kann der aufbau des lebens beginnt ja ganz kurz war ein bisschen gelenk gerade entschuldigt match war absolut okay das problem was ich habe ist ja du durfte ein bisschen mehr zeigen aber es ist nichts wert weil wir haben ja letzte woche darüber gesprochen dass gerüchtet wird dass er wegs die backstage sheet kriegt und ich habe gesagt dass das wohl von den wrestlern ist stimmt aber so nicht ganz weil das ist tatsächlich auch von den offiziellen und ja die haben dezent alle keinen bock auf den im moment und von daher werden alle matches im besten fall so ablaufen wie sie da gezeigt wurden das heißt er kann ein bisschen was zeigen und es führt trotzdem zu nix ja weiter ging es dann allerdings nicht mit einem richtigen match sondern ein paar backstage szenen los ging es mit connor und victor der ist endlich in die den guten tucker fragten wo denn otis steckt und vermuteten dass diese immer nach schiesböhrern wüte wühle weil sie finden dass otis ein schwein wäre das kann hals besitzt woraufhin tag er sie warnte meinte sich ihre worte genau überlegen sollten denn auch wenn otis nicht so gebildet wie sie sei sei er doch sehr empfindlich plötzlich tauchte der otis auf und tag eröffnet ihm was connor victor gesagt haben daraufhin schubstete ferreter otis die beiden gegen einige material boxen oder gegen eine material box dies war das erste beste sement danach hatten wir dann ein kleines segment zwischen bobby lashley und leo rush wo bobby lashley leo rush an standpauke hielt weil der eigentliche plan wohl gewesen wäre bei dem moment of blue segment eben dass leo rush bobby lashley ein titelmatch beschafft was aber wie wir eben erfahren haben komplett anders der fall war da sich ja lächle äh quatsch leo rush das match gesichert hat und dieses letztendlich aber verloren hat wo sich lächle jetzt verständlicherweise fragt kann er leo rush denn noch weiterhin vertrauen wenn er ihn im prinzip so hinterrät leo rush versicherte ihm aber vehement dass dies immer noch der fall sei ja dann kam es zur vorbereitung zum match lächle ringstromman allerdings fand dieses mensch nicht so ganz stadt weil lächle brunstromman noch vor dem match berin attackierte dennoch kann brunstromman jedoch schnell zurück schlagen soll lächle also rush eigenhändig abfertigen ja was haltet ihr von diesen segmenten mit der ascension tucker und otis also heavy machinery lashley und leo rush gut dieses segment leo rush und bobby lashley ich vermute mal dass das wirklich irgendwann darauf hinausläuft dass das zu einer fehde wird hätte ich jetzt nicht gebraucht da lieber noch ein kurzes mädchen gepackt hätte ich als fan mehr von gehabt aber dieses segment heavy machinery und ascension einfach gold werden ohne scheiß ich nenne otis ja immer den dosen öffner aber ich glaube ich muss ihn umtaufen in otis bulldozer ohne scheiß was der da veranstaltet hat das war so lustig das war so gut weil das problem ist dadurch dass der so klein und dick ist hat er auch so eine ganz hohe stimme und wenn der sich dann voll aufregt ich bin ja schon alt der erinnert mich voll an das hb männchen weiß die ihr werdet das alle nicht mehr kennen mal ihr wahrscheinlich alle nicht raucht aber das war ja auch so das ist ja auch ständig rot angelaufen und hat dann eigentlich so hat sich nur noch aufgeregt alles das war so lustig bitte mehr davon ohne witz ja ich fand das kleine backstage segment von heavy machinery und ascension auch ziemlich lustig und ja leo rush und bobby lashley ja das brauchte ich jetzt nicht so wirklich naja ja danach kamen wir dann noch mal zu einem kleinen interview und zwar schalli caruso und die videos ja frohlen darüber ja hat sie hat sie kurz interviewt und rollins sprach darüber dass es ist beispielsweise der den titel von von strommeln sichern sorry brock lesner sichern würde was mich sehr freuen würde darüber hinaus freut er sich sehr dass ein guter kumpel robert endlich zurück ist und er zu feiern bereit ist reinzauber hat bestimmt noch reinzauber bestimmt an die kaltete gelagert die lage jetzt so dass es nur eine zeit für einen kleinen umdruck sei ja aber vor dem umdruck hat natürlich den empros nachher match und zwar gab es dann ein new dequalification match zwischen true mcintyre und den empros welches true mcintyre gewinnt nach einem pin an den empros mit dem claymore kick gewinnt neun minuten 16 und kurz vor dem finish hatte elias empros einen schlag mit seiner ritarre verpasst ja nach dem match kommen dann moron torben und bobby lächel zum ring gemeinsam prügeln die vier heels auf empros ein diese wird jedoch von seinen ehemaligen schied zu legen ist der frohlen so wollen wenn sie gerettet die beiden haben schuhe bewaffnet zu hilfe nachdem die heels wieder im finish an abgefeiert wurden die grinsen sich wenn sie rollen es an und geben sich wieder auf die rampe währenddessen richtete sich empros vielleicht auf grinst nach einigen blickkontakt mit reinz und romans ebenfalls ja sehr interessant erst der kleine match auftritt sozusagen von rome reinz ich bin gespannt sie helfen den empros kann es sein dass die wwe wieder eine schien wie ungeplant die ichste wenn ja hoffen wir dass sie besser wird ich bin echt gespannt fände ich interessant noch mal die schien die union aber dann bitte wwe macht sie gescheit also ich muss zum segment erst mal sagen also das match an sich war jetzt finde ich ziemlich gut war vielleicht ein bisschen vorhersehbar dass dann am ende welche rauskommen ich habe aber ehrlich gesagt damit gerechnet dass er romans und serf rollens hier den empros vom sieg verhelfen und nicht andersrum so war es dann andersrum und am ende kamen dann romans und serf rollens raus was ich auch relativ gut fand also hat man romans noch mal ein bisschen zeitgegeben um auch zu zeigen dass er wirklich wieder halbwegs fit ist für die sagen und die crowd war auch ziemlich da muss man schon sagen also der ist momentan echt over und ich habe schon im kopf das bild wie vincent man hinten im backstage bereich sitzt und sich seine hände reibt und sagt und sich denkt jetzt ist er endlich mal over wegen der schild reunion bin ich gespannt will ich nicht sagen bin ein bisschen zwiegespalten muss ich sagen einerseits wenn sie es vielleicht gut umsetzen und das vielleicht so der letzte auftritt von den empros ist okay aber brauchen tue ich es ehrlich gesagt ja ich muss es auch so sagen ich fand das match gut dann dass elias da eingegriffen hat ja hat man ja vorher schon in der show ein bisschen aufgebaut nachdem elias den dirty deeds von den empros kassiert hat so fand ich das dann ziemlich gut gemacht ja dann dass der schild dann kam also was heißt schild wo morans und serf rollens kamen um den empros zu retten dann wieder gegangen sind okay ja wir sagen ich brauche ein schild comeback nicht eine juni von denen brauche ich einfach nicht nicht schon wieder aber vielleicht ein nächstes mal um dann den empros von der wwe zu verabschieden wenn er wirklich gehen sollte ansonsten brauche ich das nicht ja also ich fand es mit auch ganz gut sehr aber den grund für die niederlage er darin dass er ja von der storyline technisch er selbst gesagt hat dass er ein paar matches verlieren will um dann zu verschwinden und irgendwann wieder zu kommen damit es ein halb bisschen größer wird wenn er wieder kommt damit man denkt er ist von der wwe verschwunden eine schild reunion ja weiß ich auch nicht was ich davon halten soll gab schon zweimal das letzte mal haben sie verkackt ob ich sie noch mal sehen würde weiß ich jetzt noch nicht so wirklich wenn sie wieder was draus machen wie beim ersten mal gut dann kann ich sie mir anschauen aber ansonsten bitte nicht ja ich sehe das auch alles ein bisschen zwiegespalten das ganze match und was drumherum war war okay also das match war gut und und auch das drumherum fand ich okay weil irgendwie musste und wollte man natürlich für den publikumshype noch mal eben roman reigns einbauen deswegen kam er dann raus alles prima kann ich mit leben aber das jetzt tatsächlich plan sein könnte noch mal viel zu bringen ich weiß es wirklich nicht was ich davon halten soll weil auf der einen seite vielleicht geht uns der schild auch nur gerade so auf den sack weil sie es beim letzten mal so verkackt haben also wenn sie jetzt besser hinkriegen vielleicht finden wir es ja gar nicht mehr so blöd auf der anderen seite schon wieder ich weiß auch nicht was ich davon halten soll keine ahnung ja vielleicht ist es ja wirklich so wenn sie es dieses mal besser hinbekommen dass wir uns dann freuen aber wir haben keine wahl wenn die wwe meint sie müsste ich hier zurückbringen vielleicht wieder scheiße dann müssen wir mit leben und wir werden es uns definitiv ansehen ja wir kommen auch schon zum letzten match heute abend und zwar ein kleines ja was hast du ein ding fast neun minuten dieses mensch ein singles match von zwischen bailey immer gleich begleitung von sascha banks und naya jacks die von tamina begleitet wurde ja bailey gewann pepin nach dem da wegen elbow drop gegen naya jacks ja ich sag mal eine relativ zielliche bailey gegen naya jacks die wirklich großen stemming ist nicht schlecht knapp neun minuten match zeit ich freue mich dass bei die gewonnen hat und liegt auch daran dass ich naya jacks und familie absolut nicht mag die sind einfach so naja so alt wie sie sind aber an sich war es ein relativ schönes match also muss man schon sagen bailey ist echt eine klasse kämpferin wie ich finde und zu fit und verdient champion also ich muss sagen zum booking finde ich irgendwie ein bisschen komisch wenn man hat in der naya jacks die eigentlich immer stark dargestellt wird dann aber ihre matches verliert finde ich so ein bisschen komisch vielleicht hätte man da eher tamina nehmen sollen für den spot und man hätte tamina verlieren lassen sollen hätte für mich mehr sinn gemacht aber da sind wir bei der wwe und wir reden von sinn das passt nicht zusammen und ja es waren würde ich sagen durchschnittsmatch gut würde ich jetzt nicht sagen aber das liegt dann wahrscheinlich auch ein bisschen an naya jacks ja okay du hast von sinn geredet können wir bei der wwe wirklich nicht viel von reden von sinn aber bin ich ehrlich ich freue mich dass naya jacks verliert ich freue mich wirklich drüber ich kann sie einfach überhaupt nicht ab ich habe sie noch nie gemacht nicht immer zu ihrer nxt zeit und freue mich immer wenn sie irgendein match verliert und dann so ein bisschen weiter abrutscht genauso wie termina mag ich auch nicht naja naja jacks konnte so wahrscheinlich ein besseres match aufbauen mit bailey als es termina gekonnt hätte deswegen kann ich mir vorstellen dass man deswegen naja genommen hat aber ansonsten ja war in ordnung was ich zu kritisieren habe tatsächlich ist ich weiß nicht ob das an dem unfall gegen ronda rousey liegt also diese diese face break nummer aber mir ist das spontan aufgefallen bzw sehr intensiv aufgefallen als die kamera sehr nah dran war und man gesehen hat dass naja kicks verteilt hat das waren keine kicks also mein neffe tritt so tote ratten beiseit um zu gucken ob die noch leben so mal anstupsen weißt du das ist ja gruselig ich habe das echt kritisiert an ihr ich weiß aber inzwischen wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe echt nicht ob das daran liegt dass sie selber noch damit zu kämpfen hat dass sie eben becky so verletzt hat denn man weiß aus einem interview dass die sich da sehr sehr große vorwürfe macht und ich habe einfach das gefühl sie nimmt sich gerade auch ein bisschen selber zurück und raus keine ahnung auf jeden fall dieser move war sehr sehr seltsam und ja dieses dass man auf der einen seite sie immer wieder als das rauen monster darstellt also so powerhouse mäßig monster ja und dann verliert sie aber jedes match keine ahnung das ist irgendwie alles falsch ja also ich muss auch sagen das match war ganz okay finde es auch schön freut mir für bailey dass sie naja besiegen durfte naja und tamina ich mag die zwei auch nicht so wirklich muss ich jedem zustimmen das herrgi daniel malo ihr mögt sie alle nicht muss ich zustimmen wie man ja wissen verteidigen sie müssen sie bei fast in ihren titel gegen naja und tamina verteidigen und ich hoffe dass auch diesmal erfolgreich sein werden und den titel verteidigen ja genau das hoffe ich natürlich auch dass die beiden ihren titel wieder mal verteidigen weil ich glaube da sind wir uns alle einig wäre es jemand anders der in den sie antreten würden 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 sie den titel ruhig verlieren aber bitte nicht gegen naja jackson tamina ja aber genug der matches kommen wir zum highlight des abends wir haben wir noch einen 70 geburtstag mit flair feierte ja heute seinen geburtstag also ist das heute am montag ja zeit für seine geburtstags feier tribulation stephanie mcmahon kamen dann zum ring und unterhielten sich ein bisschen und hunter meinte dass ansicht der rückkehr von reins den niederlegen des titels von rosé und der verhaftung von lynch einem montagabend schon so hektig genug sei dies alles verblasst jedoch im vergleich seiner party für rick flair ja daraufhin riefen sie nacheinander die ehrendeste in den ring stephanie fing an indem sie sean michaels und ricky steamboot als erste ehrendeste raus rief ricky steambo verpasste einigen wrestlern auf der rampe auf dem weg rein spaß es haben ein paar shops anschließend rief triple h war es dann glaube ich grad engl ins ding in den ring und es folgte ein kleines video über die karriere von rick flair danach enthielte stephanie einen neuen und individuellen wwe world heavyweight championship titeldürtel der den stil des big gold belts gehalten ist also im stil ja danach sollte natürlich auch der ehrendast der ehrendast der ehrendeste auskommen rick flair du vielleicht kündete ihn an sogar mehrere male stephanie versucht es auch noch mal aber rick flair kam einfach nicht er hat sich was ist denn jetzt los auf einmal wurde in den backstage bereich geschaltet wo wir nur sahen wie ein großer stämmiger mann ein kameramann der sich herzieht eine kurze zeit sah man dass es batista ist der den kameramann zum umkleideraum von rick flair geschleift hatte und den umkleideraum stürmte ja nach einem kurzen laufruhr den man natürlich nicht sah weil die tür zu war zerrte batista rick flair heraus batista blieb direkt in kamera und fragte ob er letztendliche aufweist der breit von hunter habe die er verdient diese sprintete dann sofort im wechselbereich wo man kurz darauf einer bodenlinie flair findet der bereits von offiziell untersucht wurde während hat er nach einem arzt ruft geht die show of air ja interessantes ende der raw show find's interessant dass batista versucht so aufweistbarkeit zu erlangen indem er einen ich sag mal alten schwachen mann verprügeln muss ist batista mittlerweile so tief gesunken dass er nur noch so aufweistbarkeit bekommen hat wenn ja finde ich sehr schade weil batista ist eigentlich einer den ich schon sehr lange kenne als wrestler und eigentlich immer relativ geschätzt hatte weil er echt interessant ist von seinem aussehen von seinem move sehr mit seiner schönen batista bomb aber wenn er mittlerweile so tief gesunken ist dann fragen sich echt ob er wirklich noch wieder dabei sein sollte oder aber nicht auch den ruhestand nehmen sollte ja leute was habt ihr dazu wie fandet ihr das ganze ja um ehrlich zu sein ich muss am anfang direkt was kritisieren muss ich die wwe direkt kritisieren sie hatten gesagt es gibt ehrengäste okay damit komme ich klar ehrengäste waren klar aber dass man diese ehrengäste schon während der ganzen warshow so ein bisschen gezeigt hat so dass am ende wirklich keine überraschung war wer diese ehrengäste sind denn wir hatten den großen rivalen von wick flair wiki the dragon steamboat wir hatten kurt angle okay der war schon zu sehen ist ja nicht das problem aber vor allen dingen wir hatten sting hätte man den nicht am ende einfach total als überraschung da rauskommen lassen können das wird auch viel geiler gewesen aber nee das fand ich dann nicht so gut und sache ich war ziemlich überrascht an dass batista auf einmal wick flair da attackiert hatte um so zur aufmerksamkeit von triple age zu erlangen okay ich habe schon oft gelesen dass es dieses match wohl geben könnte aber ich habe nicht mehr daran geglaubt da ich bisher auch immer gelesen habe dass dieses mensch wohl nicht zustande kommt weil triple age noch nicht wieder hundertprozentig fit ist und so war ich jetzt ziemlich überrascht aber ich muss sagen batista hat mir als ziel immer am besten gefallen und so kriegt er jetzt natürlich übelsten heat ab wenn er eine so große legende zusammenschickt ach naja das wird wick flair auch nicht umbringen diese paar schläge also ich sehe da nichts falsches dran ja wir haben ja im discord währenddessen schon diskutiert und der evo hatte das ja auch kritisiert weil er sagt warum greift ein fühler in anführungsstrichen seinen langjährigen lehrmeister an und das macht alles überhaupt keinen sinn daraufhin habe ich dann gesagt doch macht es wenn man das letzte segment zwischen den dreien mitnimmt wo ein rick flair sich dazwischen stellt und sich gefühlt dann doch mehr auf die seite von triple age stellt und ich muss auch sagen ich bin anderer meinung als sowohl hergi als auch unseren malu weil erstens das hat nichts mit tief sinken zu tun das hat einfach was damit zu tun dass es darum ging die show von triple age kaputt zu machen es ging glaube ich weniger darum sich einem alten schwächlichen mann vergreifen sondern du hast dieses segment was ganz groß aufgebaut wird und dann schießt du einfach dazwischen und als organisator des ganzen stehst du natürlich dann als der dumme da warum ist das so warum hat da keiner besser aufgepasst also war das schon ganz gut platziert und das zweite ist warum soll die wwe auf den hype verzichten indem sie das immer wieder anzieht dass die leute da sind also ich verstehe also ich bin da ganz anderer meinung auch was das was das mit den überraschungen angeht weil wir sind ah nicht beim rumble wo wir immer überraschungs entries haben sollten das war eine fucking normale show und hey andererseits muss man auch mal sagen warum sollen die leute also die wäsche gäste nicht auch noch mal ein bisschen aufmerksamkeit selber kriegen ich fand das gar nicht so verkehrt ich finde einfach so wäre der pop viel größer gewesen wenn man ein ding so als überraschung am ende rauskommen lassen hätte da wären alle total ausgeflebt und ich hätte und ich finde auch so hätte das ding dann ein größeres spotlight noch gehabt als wie es so gewesen ist ja das alles du aber in dieser folge auch schon ziemlich auch schon mal gab mit roman reigns hättest du den auch nicht angekündigt hätte er auch einen viel größeren pop bekommen genau deswegen ja die halt ihre return sozusagen kaputt machen ja aber mit mir moment konnte ich es verstehen wo jetzt hat man angekündigt um die ratings ein bisschen nach oben zu kurbeln was denkst du warum uns den gekündigt hat aber das ding war ja nicht angekündigt sondern das ding hat man einfach so zwischendurch einfach mal durchs bild laufen lassen und hat damit quasi kaputt gemacht dass er am ende reinkommen weil jeder dann wusste dass am ende reinkommt das fand ich so ein bisschen schade und was genau sollte der ach so große pop dann bringen wenn du dir das ende anguckst jay sting steht im ring die sendung geht zu ende das war's dann doch lieber so er kriegt über die sendung verteilt ein bisschen aufmerksamkeit die fans geilen sich darauf auf als du bringst eine riesen überraschung die dann im nix verpufft weil das ende einfach so ist wie es war ja also ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll er macht was eine geburtstagsfeier und dann wird sie quasi durch batista so zerstört findet gar nicht statt finde ich jetzt ein bisschen schade ja habe auch mich nicht damit gerechnet dass batista noch auftauchen wird weil ich auch gehört habe dass das match nicht stattfinden soll naja aber wir wurden eines besseren belehrt genau und damit sind wir auch beim ende von rohan die kommen gehen wir weiter zu smackdown und smackdown begann diese woche mit einem kleinen nicht kampf segment im ring und zwar ging es darum dass daniel bryan unter aufsicht von stephanie und shane mcmahon einen vertrag unterzeichnen sollte für das match gegen kofi ging es bei fastlane denn der prime war natürlich leider da wie letztendlich immer in bergladung von eric rohan ja er war bereit zu schreiben hat noch schon unterschrieben dann kam der new day raus um kofi ging es zum ring zu begleiten ja kurze zeit später bevor überhaupt noch etwas geschehen konnte dass kofi unterschreiben konnte kam jemand raus jemand neues alter zu sagen weil roman reigns war nicht der einzige wiederherr für heute für diese woche denn es kam raus kevin und der kurz vorher von mr mcmahon angekündigt wurde mehr oder weniger ja im endeffekt war es dann so dass kevin uns den fernag unterschrieben hat und sich new day natürlich erst mal extrem aufgeregt haben weil sie echt meinten dass kofi hingstens mehr verdient hätte als kevin uns nach der werbe unterbrechung waren wir dann backstage zwischen kevin uns und shane und stephanie die sich fragen wie lange der einsatz bereits geplant war also shane und stephanie wussten schon nichts davon von den machenschaften ihres vaters bezüglich die beiden also shane und stephanie gaben dann später bekannt oder besterben bekannt ihn später über ihre entscheidung darüber zu unterrichten ja kommen wir dann zum ersten match heute abend es wurde nicht erklärt wieso das also eigentlich immer an die kündigt dass cesaro gegen johnny reno antreten sollte dieses match wurde überstrichen wir wissen leider nicht wieso es wurde nicht genannt ich habe mich sehr gefreut habe weil das andere tagteam war debar shames cesaro kennt man ja schon oft genug gesehen in letzter zeit auch wieder oder auch nicht aber man hat sich schon öfter gesehen das andere tagteam und zwar das andere tagteam waren die hardy boys matt und chef hardy hat man ja sehr sehr oft gesehen in letzter zeit auch in den letzten pay-per-views aber matt war ja lange aus von seiner verletzung wo es am anfang echt hieß er würde seine karriere beenden aber ich fand man hat ihm angesehen dass er wieder gesund ist er hat bessere moves alles bessere zeit als vorher her seit langem ja im endeffekt haben die hardy boys gewonnen und zwar wir pin von chef und sheamus lachen twist of fate von matt und anna swanton bomb ja es war das erste match von matt hardy seit einigen monaten und wie gesagt ich finde die hardy boys eh extremst geil ich feiere die zwei sowieso sehr geiles match sehr geile tagteam action gerade von den hardys die sich echt mal wieder blind verstehen gut was erwartet man von brüdern anders aber genial ja chef war mal wieder mit einer anderen sich zu malen mal in rot mit roten ärmeln an seinem oberteil war auch interessant in einer anderen farbe zu sehen er variiert da in seinem gesicht zu malung ja jede woche ja leute was haltet ihr von habt ihr von diesem match und vorher von der verdragsunterzeichnung gehalten naja die vertragsunterzeichnung hat mir montag und dienstag zweimal ein ganz dickes grinsen ins gesicht gezaubert montags hörte ich nur zu während ein luki das schon geguckt hat malu hat sich schon tierisch drüber aufgeregt weil verständlicherweise das ist jetzt keine kritik ein luki ist nicht geschafft hat komplett die klappe zu halten also alleine die geräuschkulisse hat gereicht dass man wissen wollte was passiert und dienstag war dann der punkt ich habe dienstags nachgeguckt quasi mit dem michi zusammen und wusste dann schon was kommt und sage ganz trocken zu michi auch freu dich mal da passieren gleich ein paar schöne dinge und michi sagt so ganz trocken was soll denn schon groß bei einer vertragsunterzeichnung passieren bevor er wusste dass kevin owens kommt ja gut replacement mit kofi ist denke ich einfach nur ein aufbau denn es wird ja immer noch darüber gesprochen dass kofi dann den titel bei wrestlemania gewinnt habe ich nichts gegen das match der fahr die gegen der fahrer und metade also die hd boys gegen war ist der grund warum die zwei anderen ausgetauscht wurden da kannst du von ausgehen einfach weil man die hd boys wieder bringen wollte fand ich gut man hat gesehen met ist wieder fit der rücken der hat von muskulatur nur so gestrotzt also michi sagte irgendwann alter was hat er eigentlich gemacht der sieht ja aus als er wäre der die letzten acht jahre im fitnessstudio gewesen kann man gerne machen ich bin dafür weit am text also dass ich nicht ruhig bleiben konnte ist ein lüge weil ich habe nicht direkt gespoilter was passiert ist ich habe nur rumgeschrien aber habe ich gesagt geräuschkulisse nicht das was du gesagt hast aber ich habe auch nicht wieder gegen es war kam zwar wirklich aus dem nichts und ich weiß wo ich vor ein paar wochen noch da ist und gemeint hat nee das macht keinen sinn dass jetzt ein kevin aunce gegen den bryant antritt weil von smackdown rausgeworfen und offene fehler mit bobby lashley deswegen kam das schon echt überraschend ich habe da nichts gegen auch wenn kofi kingston natürlich um seinen verdienten spot daraus genommen wurde was natürlich auch schlecht den grund hat dass er für wrestlemania geplant ist oder man ein hiltern plant ohne den titel da muss man halt dann abwarten was passiert und zum match danach dass die hd boys da rausgekommen sind das war auch ziemlich überraschend man hatte erst die musik von chef hd gehört man hat so okay cesaro gegen chef hd oder wie und dann war damit hd noch mit dabei also das war schon echt überraschend hat mich auch tierisch gefreut und dass man hier jumper und garene rausgenommen hat hat wohl den grund dass jumper mit einer nackenverletzung momentan so ein bisschen um sich rum treibt und deswegen halt nicht antreten sollte aus vorsicht zu lassen aber das match an sich war ziemlich gut naja campers sollte eigentlich gar nicht in diesem match stehen weil ursprünglich ein eins gegen eins richtig zwischen cesaro und tarano gareno ja dann wird man ihn rausgeschrieben haben weil eigentlich ein bump oder so geplant war aber dann wenn man halt dann das gemacht hat ja ich muss auch zustimmen zu dem was du gesagt hast mit der vertragsunterzeichnung ja stimmt ich habe es gesagt was soll denn da großartig passieren ich habe am ende halt wieder mit einem wie es halt bei einer vertragsunterzeichnung üblich ist mit so einem fight gerechnet dass die vertragsunterzeichnung hat immer in einem chaos enden wie sonst so üblich ist dann kam ja der kevin ons womit ich überhaupt nicht gerechnet habe weil ich ja auch davon ausgegangen bin dass er es kurz vor wrestlemania oder nach wrestlemania kommt dann zu dem match mit den hardy boys fand ich auch richtig überraschend mit matt hardy was ich ja jetzt sehr schade fand dass die das woken gimmick vorerst aufs eis gelegt haben das woken gimmick fand ich jetzt besser hätten sie vielleicht noch weiter bringen können aber wie gesagt es ist vorerst nur auf eis vielleicht bringen sie es ja wieder wieso habe ich das gefühl dass mal gleich wieder seinen standard sagt und er sagt gar nichts das dachte ich mir auch gerade so naja gut wenn mal nicht mehr zu sagen hat dann gehen wir weiter würde ich sagen aber das match war richtig nice von den hardy boys ja war definitiv ein geniales match geniales comeback match der hardy boys mal schauen wie es weiter geht ob sie wieder öfters eingesetzt werden was ich hoffe weil wie gesagt ich liebe die beiden die hardy boys ja weil der rede ist von einem kleinen backstage segment zwischen wir sehen wie durch den alistair black die sich das match das tag die match angekündigte angeschaut haben daraufhin am ladern zu sitzen die beiden herab worauf sie angekündigt hatten dass sie ihr match hot im laufe des abends gewinnen ja dann haben wir eine weitere ankündigung für die hall of fame und zwar wird der honky tonk man 2019 die hall of fame eingeführt und ist damit der zweite bekannte name nach der dx ja ich kann den bisher gar nicht dafür kenne ich wesentlich zu schlecht aber sie haben ein paar videos gezeigt also ist eine art elvis verschnitt also von der aussehen und frisur und kleidung im prinzip elvis ja wir kommen zum zweiten match heute abend und zwar ging es um den united states championship von arthur erham wie gewohnt mit tamale zum ring und erklärte dass er seit kinder tagen schon ein großes vorbildbild hat und dieses vorbild ist john cena es spricht daraufhin wie john cena es früher schon mal gemacht hatte eine open challenge aus doch kurz bevor die challenge beginnt gab es einen kurzen dance break wie man es ja von ihnen gewohnt sind ja und zwar kamen dann andrande und sedina rega zum ring denn eigentlich dachte es sagt das zumindest andrande dass ein one versus one gibt zwischen andrande und arthur aber sie wurden auf dem weg zum ring überrascht und unterbrochen von dem guten ray mysterio der ebenfalls den united states titel haben möchte ja arthur fragt sich was sein held john cena wohl tun wird in dieser situation und nimmt in siena manier die hauswärter um beide an daraus wurde also ein triple track match zwischen arthur andrande und rame mysterio ja wenn es dann andrande durch einen pin an rame serio durch einen roll-up gewann ja vor dem roll-up wollte rame mysterio und 629 gegen beide kontinenten zeichen traf allerdings leider nur andrande also dazu muss ich sagen ein hammer reiles match man hat ja schon das öftere dann eine fehde so ein bisschen zwischen ray und andrande gesehen weil andrande ja glaube ray ist ein bisschen sicher als vorbild genommen hat ein sehr gehaltenes match sehr alle moves man hat echt wenn das art ruf john cena als vorbild genommen hat er hat zum beispiel den five knacken schaffel gezeigt von john cena und wollte gegen andrande noch einen attitude adjustment zeigen der leider nicht durchgegangen ist wie ich finde sonst wäre es doch genial gewesen aber dennoch ein sehr gehalten das match hätte auch alles dass ein tun das weg gewinnt aber arthur fand titel behalten ja nach dem match gab es dann eine kleine kalerei zwischen ray und andrande in diesem zuge wollte ray noch einen 629 gegen andrande zeigen doch andrande konnte sich noch rechtzeitig in sicherheit bringen ja leute wie fand ihr dieses match also ich fand das match ziemlich stark gerade bei rame mysterio und andrande wissen wir was sie im ring können und ja verspricht für mehr würde ich sagen dass hier arthur den titel verteidigt hat finde ich sogar ziemlich gut dass man ihm jetzt endlich mal einen gewissen spotlight gibt auch wenn ich dachte vielleicht das triple threat match verliert den titel und ich saß auch wo ich das live geguckt habe da und dachte mir als andrande rausgekommen ist ja dass er den titel gewinnt bzw wenn sie es richtig machen gewinnt er den titel jetzt aber dann kam ray raus auf jeden fall würde ich sagen gut gelöst und bin gespannt wie es da weitergeht ganz kurz bevor ich zu dem segment was sage also aus den letzten 40 sekunden herrgitext kann man jetzt einen zungenbrecher machen sei mir nicht böse du weißt wie ich das mein aber gut der gute heißt andrade ja arthur's endlich wieder im rampenlicht der mann ist über 40 und reißt immer noch genauso ab wie die jungen hüpfer und inzwischen finde ich sein gimmick auch so gut er ging mir echt auf den sack dieses total verplanter an ihm ging mir echt auf den sack aber ich weiß nicht vielleicht hat ihm wieder erwarten der zusammenschluss mit carmel einfach gut getan weil die zwei funktionieren einfach super zusammen und ja mein gott er hat titel verteidigt und das in einem mehrmann match warum nicht voll gut ja also ich fand das match auch richtig gut dann das ende vom match wo andrade auf schreie losgegangen ist ja da sieht man noch dass die doch noch ein bisschen was an der fehde dass die sich noch nicht so wird dass sie sich immer noch nicht leiten können auch ein guter aufbau finde ich jetzt für wrestlemania und bei wrestlemania denke ich mal wird ja dann auch der knackpunkt kommen dass sie vielleicht sagen ja wir könnten vielleicht doch in ein tag team gehen so wie es mal spekuliert worden ist ja wir werden sehen was am ende bei rauskommt hier ja ich melde mich auch wieder sofort da bin ich wieder ja ich fand dieses match auch ziemlich großartig eigentlich wie den rest von der show davor auch also bisher kann ich bei smackdown wirklich überhaupt nicht meckern ich finde es super bisher hallo ja dann gehen wir weiter und zwar gab es da noch ein segment mit einer frau die ich absolut auch nicht leiden kann ähm sie sieht zwar etwas besser aus als nyan jackson termina aber wir nennen sie gerne liebevoll miss plastik und zwar geht es um die tochter von rick flair um charlotte flair ja sie kam den ring und meinte dass vince mcmahon alles richtig gemacht hat indem er kofi durch kevin owens ersetzt hat ja sie fand es natürlich auch richtig gut dass von der rosie verhaftet wurde weil sie ja durch diese ganze suspendierung und verhaftung das titelmatch gegen ronda rosie hat und ja das war's dann auch schon trof von charlotte flair das nächste match ist dann wieder mal ein tag team match wir haben heute eigentlich irgendwie nur tag team matches glaube ich bei smatter gesehen was aber gar nicht so schlimm ist weil wir sehen zwei note die wir bei raw schon gesehen haben und zwar ricochet und alissa black sie haben die kämpfe gegen shinsuke nakamura und josef im gleiter von nana und sie gewannen wieder mal durch die black mess und dieser pin von alissa black anachamura ja wie findet ihr das ganz so wie fandet ihr es dass alissa black die grüche wieder zu sehen waren bei smatter und ich finde es ziemlich gut dass sie die beiden jetzt so pushen aber ich finde vielleicht wird das in näherer zukunft noch geschehen dass sie sich mal entscheiden sollten zu welcher show die beiden jetzt gehören sollen ja wir haben ja letzte woche noch gemutmaßt was das jetzt werden soll mit den nxt stars ist das jetzt call up ist keiner wir haben gebetet ist es keiner und es ist ein halber muss man einfach so sagen sie dürfen einfach überall auftreten also sowohl bei smackdown oder raw oder eben nxt gott sei dank von daher habe ich nichts dagegen das einzige problem was natürlich die wwe jetzt hat und was auch schon zu den ersten diskussionen geführt hat ist natürlich die ganzen nxt kollaps vorher fühlen sich jetzt verarscht weil natürlich das hauptaugenmerk jetzt auf den neuen nxt stars liegt und die alten wir sind halt da wie alle anderen auch ist ein bisschen schwierig match klar man muss die neuen jetzt ein bisschen aufbauen und das funktioniert wunderbar mit ricochet und auch mit alissa black beides einzelnen superstars und wie man jetzt gesehen hat definitiv auch zusammen einfach super und es ist seit mehreren wochen einfach so gut dass der black mass wirklich so aus dem nicht kommt also ich habe bestimmt auch bei nxt in den letzten wochen nicht damit gerechnet dass er an der stelle kommt und ich glaube das macht ein gutes match aus dass man einfach das ende zwar schon erahnen kann aber eben trotzdem spaß am match hat ja also ich fand es auch ein richtig starkes match ich finde auch dass von der schnelligkeit eines alista black er bei smackdown irgendwie anscheinend war besser aufgehoben ist weil er scheinbar da ein bisschen spaß dran hat mehr bei smackdown zu sein so schnell wie er bei smackdown ist war bei raw noch nicht so wirklich ja am ende kam wieder der black mass aus dem nicht kann man sagen wo nakamura gerade in kinshasa zeigen wollte der black mass aus dem nicht jetzt gibt es nicht mehr den akko aus dem nicht sondern den black mass ja am ende wieder verdiente sieger und wie wir ja bei nxt wo wir später noch dazu kommen erfahren haben werden sie auch an dem dusty roads tag team classic turnier dran teilnehmen bei nxt bin mal gespannt wie weit die da kommen werden vielleicht kommen sie dazu gar ins finale und setzen sich am ende durch ja also zu dem match an sich kann ich eigentlich nur sagen was ich immer sagen kann ich hatte das wirklich mal wieder nicht viel zeigen durfte allerdings trotzdem starkes match und tatsächlich hat mir auch schon skandakamura in dem match gefallen das ist auch eine seltenheit ja im endeffekt ich halte mich ja heute irgendwie immer etwas kürzer wie die anderen fand ich es wieder ein gutes match ich habe wieder nichts dran zu meckern also super ja und dann tun wir schon zum letzten match vorabend bei smackdown und zwar wie soll es anders sein ist es ja noch ein match offen ein tag team match und zwar kofi kings und kevin owens gewinnen gegen daniel bryan und eric rohan durch einen pin von kevin owens an daniel bryan nach einem schönen stunner ja schöner auftakt für kevin owens der ja gezeigt hat der beziehungsweise dir zeigen konnte wie er sich verändert hat was wir am anfang noch sagen können er hat sich verändert auch vom aussehen her er hat schwer abgenommen kevin owens kevin owens war ja immer so etwas korpulenter von daher ist er nicht geworden aber er hat das definitiv noch drauf ja schöner sich von ihm und kofi kingston gegen daniel bryan eric rohan ja nach diesem match hat man noch sehen wie kevin owens feiert und damit hat die die show dann beendet worden ja wie fand ihr dieses kleine nette letzte tag team match für smackdown also ich weiß jetzt zwar nicht wie lange dieses match ging aber ich denke mal schon so um die 15 minuten würde ich sagen schönes match man hat endlich mal wieder würde ich sagen guten kevin owens im ring gesehen da auch mal was zeigen durfte und nicht irgendwie schnell weg gehauen wurde wie gegen barry corbin gegen john stroman oder sonstwas was mich allerdings auch mal überrascht man hat ja normalerweise die pop up powerbomb diesmal war es aber eine pop out sit out powerbomb also auch mal was neues finde ich hat auch einen stärkeren impact und ich hoffe das zeigt man mehr und öfter schade dass seine beine ausgekickt hätte beziehungsweise hat daraus hätte man echt einen starken finish noch machen können aus dem niemand rauskommt oder so und das am ende dann das dann zum match ende führt hätte ich auch nicht gedacht auch wenn man in der vergangenheit schon sehr viele das dann davon kevin owens gesehen hat schönes match und bin ich auch gespannt wie es weitergeht gerade mit kofi kingston der nicht so begeistert davon schien und auch im match schon das alles auch gezeigt hat mal auf die ganzen tag team matches zu sprechen zu kommen man könnte meint ja die long war da am werk mit den ganzen tag team bucken und so spaß beiseite so kommen wir mal zum match ich fand es auch richtig gut mit dem stunner am ende habe ich jetzt auch nicht wirklich gerechnet dann die etwas andere pop up powerbomb war schon nice ja kofi hatte glaube ich nicht so viel match zeit in diesem match gehabt was halt sehr schade ist aber so baut man halt auch eben den heaven on für das titel match bei fast lane etwas auf ich weiß nicht ob daniel brian gepinnt wurde aber wenn er daniel brian gepinnt hat so baut man ihn richtig stark auf gegen das match daniel brian bei fast lane ja ich fand es wieder ein schönes match ja die pop-up sitout powerbomb finde ich wäre vielleicht ein guter signature ein stunner kann ich immer noch ernst nehmen als finisher hätte ich also nichts gegen wenn man so machen würde dass jetzt die normale pop-up powerbomb hoffentlich weg ist finde ich gut weil die das war mir immer so ein bisschen zu wenig impact als sitout variante finde ich die wesentlich besser also mal sehen was da kommt ja du hast kevin uns jetzt hier stark dastehen lassen hat sehr viele aktionen gezeigt also ich bin zufrieden denk mal die sitout powerbomb da ist jetzt auch etwas besser wegen der körpermasse her finde ich jetzt auch besser dass sie dann so eine sitout pop-up powerbomb draus gemacht haben statt die normale pop-up powerbomb ja ich mach mich wieder zu mecker hannes irgendwie ist das schlimm ich mach mich hab mich auch schon in den sendungen zu mecker hannes gemacht das habe ich bei nxt auch das werden wir da werden wir gleich zurückkommen aber das match an sich war wirklich ein gutes match das vorweg und mir hat der tatsächlich neue kevin owens echt gut gefallen das problem ist mal wie also mein persönliches problem ist mal wieder die wwe logik haha denn es gab keine was sollte dieses match dieses match was bullshit booking auf höchstem niveau weil wenn ich kofi kingston gewesen wäre hätte ich wahrscheinlich eher kevin auf die fresse geboxt als irgendwer anders nachdem er mir gerade meinen titel match weggenommen hat mehr oder weniger gezwungen das weiß ich aber ich meine das war vielleicht eine stunde her ich hätte wahrscheinlich ein hals von hier bis genua und trete dann doch nicht mit dem in dem tag team match an was soll der scheiß ja und damit wenden wir dann auch smackdown und den zur letzten show der wir uns diese woche widmen und zwar nxt ja sie berant damit dass die kommentatorin mauro ranello percy watson und nashle mcrenes in der full sale university die das publikum für diese show begrüßten ja johnny arena machte sich dann auf dem witz im ring und erklärte dass einige interessante wochen hinter ihm liegen denn er ist ja eines der neuesten mitglieder von one night war und smackdown live ja muss jetzt zuletzt durch eine niederlage gegen the welfer team team einstecken und auch glaube es einen titel verlieren glaube ich kann das sein auf jeden fall nach dem gewinn äh ne quatsch nach dem gewinn des hinauf im championship erklärte er noch dass johnny westen zurück sei und er war auch zurück er war jetzt an der spitze angekommen er war johnny champion genau er hat doch den titel verloren doch bei seinem ersten test versagte er da fühlte er sich nach wie vor wie ein champion doch die realität sieht anders aus nur hat er aber realisiert das einzige wahre grund warum er das jetzt wieder erfolgt hätte dass der einzige grund war also dass das der einzige grund warum er das champion der folge hatte ja er wurde aber dann unterbrochen durch thomaso jumper der ja eigentlich c-champion war und nach einer kurzen unterredung dieses jahr dass die beiden ja beim monday night war aufgetreten sind und wasch und gemeinsam auch bei smackdown live waren ja er meinte dann auf jeden fall zu gareno dass nach anderthalb jahren gareno verstehen dann verstanden haben müsste das hier dann er brauchten und im ende zum schluss ähm hielt gareno ach quatsch die jamba gareno die hand hin und gareno schlug ein was wirklich die äh rücker der diy besiedelte ja das erste matches abends war ein tag team match ist ja nicht so dass wir die woche noch tag team matches hatten dann nämlich sich dann startet auch mit einem tag team match und zwar der frau und ich hoffe ich spreche den namen richtig aus elia und vanessa borne waren gegen tamara conti und xia lee durch pin und xia lee durch vanessa borne nach einem neckbreaker durch elia ja danach sehen wir wieder über den film kam die andisputed ever auftritt und adam cole erklärte dass der über den film schon bald mit ihm erfahrung machen werde und seinen titeln verlieren wird ja leute was haltet ihr davon also mal ganz kurz du bist jetzt schon ziemlich weit vorgesprungen in was eigentlich zu einem segment nicht gehört aber naja egal zur promo von johnny gareno und thomaso champa auch wenn es denke ich vorhersehbar war wenn ich es mal wieder irgendwie vorhergesagt habe war die promo gut man hat echt gemerkt beide können besser im mic beide passen eigentlich auch ziemlich gut zusammen und ich hätte wirklich nichts gegen die diy reunion und die kommt da jetzt auch deswegen bin ich auch gespannt was da alles passiert ich habe schon ich habe schon so meine theorie aber da kommen wir dann später zu wenn es dann soweit ist vielleicht und ja das match von elia und vanessa borne gegen den hara conti und xia lee hat mir tatsächlich nur eine person in der match gefallen und das war den hara conti elia die mächtigen kamera sag ich so schön gefällt mir irgendwie gar nicht im ring genauso wie vanessa borne und xia lee hat mir irgendwie viel zu wenig gezeigt das match an sich fand ich auch nicht so stark war aber für mich trotzdem ein solider opener und kann man so machen und dann noch die promo von david in dream und der absolute era ziemlich interessant da bin ich auch gespannt wie es da weitergeht ich hoffe natürlich auf ein match bei takeover aber das sehen wir dann in der zu ja die promo von johnny gargano ja man wusste ja was vorher kommt man wusste man wusste vorher was kommt und aber ansonsten fand ich und das match ja teil nach a conti kann ich was man anfangen die finde ich schlecht sie hat mir so wenig gezeigt und mit den anderen beiden kann ich so überhaupt nichts anfangen finde ich schade dass sie gewonnen haben aber naja waren solider oben ja fangen wir mal vorne an also promo und so ja die zwei können was am mic aber da wir leben einfach in der zeit des internets man wusste was kommt und auf die gefahr hin dass hier gleich irgendwie richtig bief entsteht wir haben schon gemutmaßt zwischenzeitlich ob ein lukey sich nicht doch die taping berichte durchliest weil das war ja eine eins zu eins wiedergabe von dem was war was da passiert das war nicht mehr gecallt das war schon quasi selbstgeschrieben ja warum sollte ich mir tapings alles und dann die show anschauen das macht keinen sinn aber es passt halt weil es wirklich eins zu eins war ähm kurz zu der geschichte ich habe nxt nebenbei so geguckt und michi sagte immer wieder irgendwie sagt daniel heute gar nichts und dann habe ich einfach gesagt was ich gedacht habe nämlich ich habe auch bis jetzt noch nichts interessantes gesehen was aber und das muss ich vielleicht dazu sagen ist vielleicht auch am mittwoch ein bisschen untergegangen das hat echt zu streit geführt hier im discord aber es ist ein bisschen untergegangen glaube ich ich mache den beiden keinen vorwurf die machen ihren job die machen einen guten job aber man wusste halt was kommt das ist das verfluchte internet wir können da alle nichts für das ist einfach so genau zu handy ähm und jetzt zu dem match ja gut äh tenera conti bitte mehr im einzel vanessa born habe ich auch schon umgetauft die wird sich jetzt irgendwann wenn es nach mir geht mit randy orton zusammentun weil dann haben wir randy borten und vanessa boring aber hey was soll's egal war das langweil ja dann haben wir zum zweiten match vor der abend zwischen dominik jakovic und kifli es endete in einem double town out ja was soll man da zu sagen double town out ist immer ziemlich doof aber gut nein war er in dem fall nicht okay dann übergebe ich das fort der noch nicht weiter in dem fall war der einfach perfekt da werden mir da werden mir luki malu und michi zustimmen in dem fall war der einfach perfekt denn jetzt hat man ich glaube heute mittag oder gestern hat der malu dann nämlich erzählt wie das jetzt weiter geht denn ein kisli hat jetzt ganz offiziell nochmal eine herausforderung ausgesprochen und wir beten alle das was da draus wird bei nxt vor wrestlemania und für den aufbau kann man double count out gut machen gerade wenn man zwei starke wrestler hat wie das in dem fall echt der fall war du hattest einen kisli der gezeigt hat was er kann mit 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 sprung rufs mit allem drum und dran also bei wrestlemania bequatsch bei wrestlemania sag ich schon bei bei nxt muss ich das nächste mal glaube ich echt mal hier unseren aufnahme bot mit ins discord packen während wir das gucken damit ihr einfach mal so ein bild davon kriegt wie nur die geräuschkulisse ist nicht das was die leute sagen sondern nur die geräuschkulisse muss ich zwischendurch mal reinschneiden oder so das ist absolut der hammer was die zwei da abgerissen haben und durch den double count out sind beide jetzt nicht schwach dargestellt ich freue mich auf nxt takeover bitte mehr ja dominik deutschekowitsch und kisli zwei große männer und ich habe die schon gegeneinander im ring gesehen wo sie noch nicht bei wwe waren und da war ich schon so begeistert und da habe ich schon gesagt big man can fly also große männer können fliegen und genau das haben sie jetzt auch wieder gezeigt dominik deutschekowitsch egal aus welcher egal ob es ein hip toast war oder was kisli alles versucht hat irgendwie ist immer auf die füße gelandet mega und dann versucht dieser zwei meter große dominik deutschekowitsch einen monkey flip als wenn das nicht schon verrückt genug wäre landet kisli den monkey flip auf den füßen und ja es war alle wie geht das aber ja die beiden sind halt verrückt und dann dieser springboard moonsault nach draußen also alles in allem super match ich bete wirklich dass es bei takeover zum rematch von denen gibt und dann lass denen 15 bis 20 minuten zeit und du hast ein fünf sterne match ende also auch ich war von dem match echt ziemlich begeistert man hat endlich mal auch bei nxt ein richtig starkes match gesehen was du eigentlich bei takeover bringen könntest das hat man zwar jede woche hat man das zwar schon aber das hat echt takeover kaliber gehabt und deswegen freue ich mich umso mehr dass ich nach dem nach der nach der show noch ein interview von kifli gesehen habe wo er meinte ja er möchte noch ein match gegen dominik der jakowitsch weil die fans das wollen weil er das will weil dominik der jakowitsch das will und weil das marketing technisch eine sehr gute idee wäre was weiß ich deswegen freue ich mich umso mehr jetzt auf takeover und bin echt gespannt denn ich habe schon während nxt gesagt dieses match könnte ein fünf sterne match werden und dabei bleibe ich auch und das wird es auch sein da lege ich meine hand für zweier ja gut dann gehen wir mal weiter und zwar wurde danach die vier weitere vier weitere teams oder noch die vier weitere teams für das das die world's classic tag team vorgestellt und zwar sind es die mustach mountains trend seven und tyler bait oder lockern und danny birch krieg doce und alistair black und zu guter letzt auch die awai sprich tommenso jumper und johnny arello diese vier nehmen an dem turn die teil in der ersten runde kommt das der weißer folgen in den matches matthew mountain gegen die street profits also train seven und talibate gegen angelo dawkins und montes ford danach noch ohne noch und danny birch gegen die vergotten songs wesley blake und steve cutler die away tomaso jumper johnny areno gegen die undisputed era bobby fisch kyle o'reilly alice bledner ligroschee gegen the european union fabio der älter wahrscheinlich falsch aussprochen aber es ist mir relativ egal ich kenne den mann ich kenne den namen nicht tut mir leid und gegen marcel bartel ja ich denke mal marcel bartel dürfte mal wieder was zu sagen haben der schwärmt nämlich ziemlich von dem roten mann ja außerdem wurde für die raw ausgabe insta wochen ein match um den nix die wohns titel neuer montant der match zwischen bierke belair und eoshi rei an die kündigt ja was haben wir sonst sagen hören wir erst mal was ihr dazu sagen habt und dann schon mal was bei nix das so geschehen ist ja sind viele großartige matches die jetzt da kommen werden im dusty words tag team classic kann ich mich nur freuen und european union fabian aigner und marcel bartel das sind einfach zwei großartige westler marcel bartel hier in deutschland sehr viel unterwegs gewesen unter dem namen maxel dieter junior und ich freue mich dass ich ihn schon mal live gesehen habe dass ich ihn nächste woche nochmal live sehen werde es wird einfach ein fest und ich freue mich jedes mal den bei nxt zu sehen da er das wirklich verdient hat ja sonst niemand was dazu sagen von euch alle verstummt alle wünschen ist klingt das moment ja ich denke schon so ungewohnt von euch alle gut dann machen wir weiter und zwar hatten wir noch ein kleines segment gehabt wo ehemalige nxt superstars dann kamen und zwar sasha banks und bailey die ja die aktuellen und ersten wwe women's tag team champions sind kamen den ring bei nxt und erklärten wie wunder großartig es für sie sei mal wieder bei nxt zu sein wenn ihre reise wenn ich sie begonnen hat und das letzte mal als die beiden gemeinsam im ring standen haben sie das erste women's iron man match in der schicht der ww gegeneinander bestritten ja damals gegeneinander heute rennen sie miteinander ja und nun beginnt für sie die beiden eine neue reise denn sie werden ihre tagteam championship überall auf der welt verteidigen in dem sie ihr halt die ära weisen das heißt nicht so raw nicht so was bei nxt und zuletzt richte bailey noch ein paar worte an den locker room und sagte dann sollte sich ein team würdiger weisen dann würden sie das nächste mal wenn sie den mxt-ring steigen ihre titel hier bei nxt gegen ein team von nxt auf spiel setzen ja finde ich auch interessant back to the root sozusagen das heißt wenn alles gute wenn die wwe ist natürlich auch so will könnten nxt stars ein nxt tech team neue champions werden wie bailey und sasha banks ja dann schon auch schon zum main event und dem letzten match und segment überhaupt von heutigen abend ein non-title singles match zwischen shania shana basle und mir jim was shana basle gewinnt in einem kirifuda klatsch ja nxt kurz und glücklich wie immer geht ja auch gegen diese zu wwe also zu ron zweiter nur eine stunde ja leute was hat ihr dazu wie fandet ihr das ganz auch dass becky und sasha mal wieder bei nxt waren ja wie gesagt dieses ding mit bailey und sasha banks war super überraschend dass es an dem tag war es war bekannt dass die das überall verteidigen aber es war noch nicht klar dass sie tatsächlich in der folge auftreten auch das hat hier zu hitzigsten diskussionen geführt und ja das problem was die wwe da hat ist glaube ich einfach dass ihnen noch die gegner anzahl fehlt und deswegen geht man einfach in alle roster die man so hat habe ich jetzt nicht gegen wenn man es einigermaßen fair verteilt mal gucken wie es weitergeht zum match mia jam jam gegen shana basle hätte man bitte einfach gegen mir jam jam gegen irgendwen austauschen können aber bitte nicht shana basle weil theoretisch könnte man die einfach aus dem roster streichen weil ich weiß ich mache mir feinde bei einem herrn die loggio sagen wir immer so schön aber er weiß wer gemeint ist weil er findet die ganz ganz toll keiner von uns also ich muss sagen ich fand das match zwischen shana basle und mir jetzt nicht langweilig ich fand mir eben hat schon echt gut gearbeitet und was mich hat ein bisschen an der match gestört hat war halt wirklich gerne basler weil die erste wirklich nur auf ihren fuß gegangen und das ging mir auf dauer ziemlich auf die nerven und ja deswegen habe ich nicht wirklich viel zu dem match zu sagen nun was wäre denn jetzt becky und sascha haben ja die kundin zu übernehmen titel auch bei nxt verteidigen was wäre denn wenn sie jetzt bei fast lane ihren titel gegen sascha beise und terminer verlieren würden dann könnten sie das was sie ja vorhaben gar nicht wahr machen finde ich sehr schade deswegen verlieren sie den titel auch nicht das habe ich mir auch gedacht dass das die wwe nicht zulassen wird aber könnte ja sein wird zwar nicht passieren aber spekulation vermutungen kann man ja ja vor allen dingen ist es ja einfach so es würde im prinzip nichts ändern außer den titel träger denn es ist ja eine festgesetzte regel da können sie auch naja jacks und terminer nicht drüber hinweg setzen deswegen hat man das ja jetzt öffentlich gemacht das ist auch ja jeder weiß dass es überall da was hat mein handy denn heute dass es überall verteidigt wird und ja wie gesagt auch jedes andere team muss das so machen also da muss man sich denke ich keine sorgen drum machen würde aber auch tatsächlich mal interessieren was mit den anderen herrschaften da unten los ist alles gut gerade du mal du bist ja so ruhig so still kann mir doch ich kann mir irgendwie nicht erklären dass ihr wunschlos und sprachlos seid so gut war nxt besonders das frauenmatch ja man ich habe aber bei nxt wenig zu meckern und das ist kann ja nicht auch ich kann ja auch nicht jedes mal die ganze zeit nur rummeckern memo das ist ein podcast keine mecker box genau wenn es nichts zu meckern gibt sagt was gutes ja kein schlechtes match mir mir jim verliert leider ansonsten kann ich doch wenig zu sagen weil das mitschauen nicht so lange ging ja gut dann würde ich sagen beenden wir das ganze für heute ich hoffe ihr habt spaß habt euch sehr gut informiert gefühlt wenn ja hört bitte weiterhin rein lasst gerne likes da wo ihr likes da haben schön diskutiert mit uns in den kommentaren wo es geht und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen abend wir hören uns dann nächste woche wieder wenn wir über die nächste woche reden und ja auf wiedersehen von meiner seite aus zu schon mal ja auch von meiner seite aus ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen ich schließe mich dann an und sagt auch von meiner seite aus ja auch von meiner seite aus ich hoffe ihr hattet spaß was aber vielleicht ganz interessant wäre tatsächlich für uns auch ihr habt gemerkt wir haben versucht das tempo ein bisschen anzuziehen ist vielleicht noch nicht an jeder stelle so gut geglückt wie es hätte sein können aber wir haben halt auch gemerkt die podcast sind unter umständen sehr sehr lang und haben gesagt okay dann fassen wir ein bisschen mehr zusammen und ihr könntet ja mal feedback da lassen wie euch das so gefällt mit dem hintergrund bitte dass wir auch das noch verbessern können und werden aber was wir halt mal ganz interessant für uns ob ihr dann doch lieber eine halbe stunde mehr gelaber von uns ertragen wollt oder eben diese etwa gezogen angezogene variante einfach mal in sämtliche kommentar sektionen ballern die ihr so findet und ja wenn es euch gefallen hat wie gesagt lasst ein abo da lasst irgendwie aufmerksamkeit da teilt die podcast seite weiter teilt das video weiter und ansonsten würde ich sagen hören wir uns nächste woche sonntag wieder versprochen macht es gut ja auch von meiner seite ich hoffe es hat euch auch wieder spaß gemacht den podcast zu hören und dann hört man sich nächste woche sonntag wieder für sie ja 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 ja